Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 21 Video und heute möchte ich dir zeigen, wie du ca. 50% beim Kauf von FIFA 21 sparen kannst. Das Ganze ist überhaupt nicht schwer umzusetzen, wichtig ist nur, dass du jetzt wirklich aufpasst und dir das Video genau anschaust, dass du dann eben nichts falsch machst und dass das Ganze bei dir dann auch funktioniert. Du kannst natürlich sehr, sehr gerne auch einen Daumen nach oben geben, falls dir das Video geholfen hat und falls du mich unterstützen möchtest. Ganz kurz Freunde, falls ihr für FIFA 21 Tipps zum Trading und so braucht, könnt ihr sehr, sehr gerne auf meinen Discord-Server kommen. Ich habe dort eben einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Bereich. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Ich lade euch hier auch eben FIFA 21 Guides hoch, das heißt so richtige Anleitungen, wie man eben vorgehen muss. Wir haben hier auch Leaks und Gerüchte und alles mögliche. Natürlich trade ich jetzt zu FIFA 20 nicht mehr ganz so viel, aber zu FIFA 21 bin ich dann wieder voll dabei und mache euch da dann eben auch noch ein Starter-Guide fertig. Also es ist schon fast fertig, aber das werde ich euch dann hier hochladen, wie man in der Web-App vorgehen muss, wie man in EA Access vorgehen muss. All das kommt dann eben hier auch noch dazu. Checkt sehr, sehr gerne aus. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Okay, dann werde ich euch jetzt erklären, wie ihr FIFA 21 sehr günstig bekommen könnt, aber bitte, bitte passt genau auf, sonst versteht ihr was nicht. Und ich werde danach auch noch kleine Fragen beantworten, die ihr euch wahrscheinlich im Video dann auch stellen werdet. Also bitte bis zum Ende dranbleiben. Okay, ich bin jetzt hier gerade auf meinem eigenen PS4-Account drauf und wir gehen jetzt von dem Szenario aus, dass ich selber FIFA nicht kaufe. Ein Freund von mir kauft FIFA, ich gebe ihm die Hälfte vom Kaufpreis, das heißt beide zahlen nur 50% und ich bin jetzt auf meinem Account, wo ich FIFA 21 nicht gekauft habe. Okay, dann drücke ich jetzt lange auf die PS-Taste und gehe auf Benutzer wechseln und dann erstelle ich einen neuen Benutzer mit den Account-Daten des Freundes. Das heißt, ihr müsst auch wirklich aufpassen, dass das ein Freund ist, dem ihr wirklich vertrauen könnt. Nicht, dass der dann mit eurem Account irgendwas macht, aber das Risiko müsst ihr halt eingehen, aber macht das einfach mit einem langjährigen Freund oder mit jemandem, wo ihr halt wirklich drauf vertrauen könnt, dass das dann passt. Also ihr geht dann hier drauf, neuer Benutzer und dann einen Benutzer erstellen, dann gebt ihr E-Mail und Passwort vom Freund ein und habt dann den Account einfach auf eurer PS4. Bei mir ist das jetzt dann eben dieser Account hier. Okay, das heißt der Account vom Freund ist jetzt drauf. Was wir jetzt aber noch machen, wir gehen nochmal auf den eigenen Account, gehen auf Einstellungen, dann auf Kontoverwaltung und dann auf als deine primäre PS4 aktivieren und das müssen wir deaktivieren, wenn es aktiviert ist. Bei mir ist es schon deaktiviert, deswegen passt das aber. Auf eurem eigenen Account, wo ihr nicht FIFA 21 gekauft habt, muss das deaktiviert sein. Danach gehen wir dann eben hier auf den Account vom Freund, drücken einmal auf X und dann gehen wir wieder in die Einstellungen rein, wieder Kontoverwaltung, wieder als deine primäre PS4 aktivieren. Und da ist es ganz wichtig, da müsst ihr jetzt aktivieren drücken, also die PS4 von eurem Freund, die muss aktiviert sein bei euch. Das haben wir jetzt gemacht, danach gehen wir nochmal auf Lizenzen wiederherstellen, das müsst ihr glaube ich nicht machen, aber macht es einfach, um sicher zu gehen, dass das Ganze halt auf jeden Fall funktioniert. Das dauert dann ein bisschen und wenn es fertig ist, dann habt ihr das auch abgeschlossen. Was hier ganz wichtig ist, ihr habt jetzt die PS4 von eurem Freund aktiviert als primäre PS4, es kann hier ein Error kommen, also eine Fehlermeldung, wenn der Freund bei sich auch die PS4 als primär aktiviert hat. Das heißt, ihr müsst eurem Freund unbedingt sagen, ey Brudi, geh mal auf deine Playstation und deaktiviere kurz dieses primäre bla bla, damit ihr das bei euch auf der Playstation aktivieren könnt. Ganz, ganz wichtig, regt euch in den Kommentaren nicht auf, falls das genau der Error ist, weil das habe ich euch jetzt gerade gesagt, der Freund muss es deaktivieren, damit ihr es aktivieren könnt. Gut, bei uns passt das aber alles schon, also die ist als primäre PS4 jetzt aktiviert und dann müsst ihr jetzt eigentlich nur noch auf die Bibliothek gehen, das machen wir jetzt. Und da seht ihr jetzt alle Spiele, die sich der Freund gekauft hat, beziehungsweise die er sich halt irgendwann mal geholt hat und das können wir uns jetzt alles holen. Zum Beispiel Black Ops, das habe ich gerade versucht runterzuladen, ging nicht, weil ich zu wenig Speicherplatz hatte, das war ein bisschen ein Problem. Aber das kostet eigentlich 70 Euro im Playstation Store, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ich bin jetzt aber eben im Account von meinem Freund drin, das heißt, ich kann das Ganze einfach runterladen, so wie ihr gerade seht. Wenn mein Internet jetzt nicht so langsam wäre, würde ich euch jetzt zeigen, wie das fertig läuft, mache ich jetzt natürlich nicht, weil das an sich nicht wirklich sehr sinnvoll ist, wenn ich jetzt drei Stunden sitze und warte, bis das fertig geladen hat. Aber wir können jetzt auf den Hauptaccount gehen, also auf meinen eigenen Account, dann sehen wir hier, dass Black Ops eben auch runtergeladen wird. Das heißt, ich bin jetzt auf meinem Hauptaccount, auf meinem normalen Account und das ist dann sozusagen FIFA 21, was ihr hier runterladet. Ganz, ganz einfach. Okay, nochmal kurz zusammengefasst. Auf beiden Accounts muss die primäre PS4 deaktiviert sein. Danach aktiviert ihr die primäre PS4 auf dem Account von eurem Freund, der sich FIFA 21 gekauft hat. Nachdem ihr das aktiviert habt, geht ihr einfach nur noch auf die Bibliothek, ladet euch das Spiel über den Account von eurem Freund runter, geht dann zurück auf euren eigenen Account und habt das Spiel auf eurem Main Account. Das ist wirklich alles, was ihr wissen müsst. Falls irgendwas nicht funktioniert, schreibt es in die Kommentare und schaut bitte auch, was ich antworte, weil es kann sein, dass da kleine Dinge sich ändern, vor allem wenn Updates kommen, was auch immer. Deswegen bitte unbedingt auch schauen, was die anderen gefragt haben und ob ihr da vielleicht die Antwort schon bekommt. Nochmal hier kurz zur Veranschaulichung. Das Spiel kostet eigentlich 70 Euro und ich lade es mir gerade runter, ohne einen einzigen Cent bezahlt zu haben. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, wenn sich euer Freund die Ultimate Edition geholt hat, bekommt ihr selber nicht die Vorteile. Das heißt, ihr könnt nicht früher spielen. Das wird nicht funktionieren. Ihr bekommt auch kein Monster Watch Pack oder sonst irgendwas, auch keine Free Packs. Das funktioniert nicht. Ihr bekommt dann die normale Version von FIFA. Also die ganzen Vorteile bekommt nur die Person, die sich das Spiel wirklich gekauft hat. Wenn also euer Freund das gekauft hat, bekommt ihr die Vorteile nicht. Aber ihr habt das Spiel komplett kostenlos. Gebt eurem Freund einfach die Hälfte des Geldes und beide sind dann am Ende glücklich. Was auf jeden Fall auch noch zu erwähnen ist, ist, dass EA Access schon funktionieren sollte. Vielleicht werde ich dazu noch ein genaueres Video machen, aber ihr solltet euch ganz normal EA Access holen können und damit dann eben auch früher FIFA spielen können für 10 Stunden. Also diesen EA Access Vorteil, den solltet ihr nutzen können. Ja, im Endeffekt ist es einfach ein mega, mega geiler Trick, um viel Geld zu sparen beim Kauf von FIFA 21 und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wie gesagt, falls jetzt noch irgendwelche Fragen offen sind, schreib sie in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt natürlich wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.